untersuchen ja okay wir können zwar irgendwelche mega starken sauber ausführen das bringen wir nicht hin oder wie können wir das mit irgendetwas das ist ja geil so und so halt das ist geil es hält länger so 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 finde ich witzig ja wir laufen einfach mal weiter durch den wald das war scharf oh fuck 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 ich brauche einen Schub ganz ehrlich Leute leck mich am Arsch okay den Schub haben wir wieder dann fehlen wir mal alle ein okay 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 Abhauen, 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 abhauen So Teilen ja gut Gut, jetzt haben wir mal einen guten Schutz Jetzt bringe ich's halt zum Drängen Schau, Skopings So Hmm Einfach mal wieder so Bam So Eine weniger Der ist auch weg Jetzt bringe ich noch diese Zauberer Und Bam Ah cool, neuer Zauberstab Notfallteleport Und hier ist ein Buch Gut Ich hab zwar keine Ahnung mehr wie wir das Ah, ich weiß wieder wie wir das einsetzen Wir brauchen Ah Oh So Gott bin ich Nein Ja Wir haben uns gerade selbst besiegt Indem wir Nass waren Und Ja Am besten mit Ab nach da oben Einfach nochmal alle besiegen Einfach nochmal alle besiegen Diesmal machen wir's schneller Ich bin einfach ein bisschen Flammenmonster Wir brauchen ja ein paar Meter Wir brauchen ja ein paar Meter Wir brauchen ja ein bisschen groben schützen Bam Ja gut Einmal sterben ist nicht schlimm Dann mal noch ein zweifel kleben Dann mal heilen Noch ein Schutzzauber Wasser Wasser Heiß Heiß Wasser Ach Komm Ja man darf sich auch mal dumm anstellen Oh So Zurück nach oben hin Bam Und Platz Das schafft Gut Zurück Zurück Das find ich geil Das find ich echt geil Das find ich echt geil Das find ich echt geil Oh Oh Schutzt bin ich dumm Ich könnte mir Hilfe an Wo ist denn der Notfall-Teleport? Erregen nicht Zurichtung Ich weiß nicht, dass ich es gebracht hätte Aber okay A, A, F, W Okay, A, A, F, W Hallo? Okay, das bringt nämlich anscheinend selbst rum Mal sehen, was haben wir noch? Ähm Verwirrung Oh nein, das habe ich falsch gemacht Verwirrung geht so Okay Okay, einer ist verwirrt So geht der Schieß noch auf mich Ich bin gestorben Ja, toll Ich werde viel überleben Mitten von diesem Aber jetzt Sollen wir nochmal diese Schnelligkeiten Da Huhuhu 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 Dann noch der Und jetzt Ach komm Huhu 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 Und gut Habum Und jetzt zweimal stein, dreimal feuer und aufladen 1600 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 19 20 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 21 21 22 22 23 23 24 21 21 23 24 24 25 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 26 25 25 Was soll ich jetzt machen in den? Hm, das Ding hat noch ziemlich viele Leben und ziemlich viele Leben, sagen wir so. Wo ist es denn? Komm raus. Toll, bin gestorben. Oh, Scheiße. Weg da. Warte mal, so und so. Okay, das bringt nicht viel. Ein Schutzzauber. Wie kann ich das Ding besiegen? Ja toll, wir sind gestorben. Das bedeutet wohl den Hauptgegner. Wenn man mag, ich höre, gibt es das nicht einmal. Das ist ein Schutzzauber. Das ist ein Schutzzauber. Das ist ein Schutzzauber. Das ist ein Schutzzauber. Das ist ein Schutzzauber.